Musik Ah, da ist er. Hey, schönen guten Abend. Gute Qualität. Ja, das ist eigentlich voll der schlechte Monitor, den ich gerade noch so schnell angeschlossen habe, weil der eine Webcam hat. Achso, ja, die Qualität ist super. Wo bist du jetzt gerade, wenn ich fragen darf? Ich bin in einer neuen Wohnung, die noch ein bisschen, ja, ich stehe noch über den Umzugskartons rum und so, aber ich denke, im Bild sieht das ganz okay aus. Ja, super. So, jetzt haben wir natürlich wieder die Fragen. Wie mache ich das besser? Über den Stream hören oder mit dir über Skype wahrscheinlich? Ja, auf jeden Fall. Stream hat ja Verzögerung. Ja, alles klar. Gut. Gut. Dann, warte mal, was ist hinter das hier jetzt? Das ist ein kleines Bildschirm. Ja, vielleicht für alle die, es gab ja den einen oder anderen, der gar nicht wusste, wer du bist und so weiter. Vielleicht kannst du dich einfach mal kurz ein bisschen vorstellen. Ja, also ich bin der Tobi. Ich, ja, wie ich sie schon sagte, ich war vor meiner Zeit jetzt bei ProSiebenSat.1 Games bei Blizzard. Und, ja, ich bin jetzt nach München gezogen, von Paris aus, vor, ja, seit Januar. Und war vorher als Community Manager tätig. Das ist ja ganz schön wenig, klingt das so, ne? Ja. Wenn er so zusammenfasst, klingt das so? Ja, ich bin gerade ein bisschen verwirrt, weil ich mich so im Stream selber sehe. Ich glaube, das mache ich mal besser aus, weil das verwirrt mich dann doch ein bisschen mit der Latenz und so. Entschuldigung. Ich bin dann noch ein bisschen unerfahren, was das angeht. So Interviews und so. Ja. Das ist so eine Frage, die natürlich nicht auf meinem Katalog stellt. Aber warum, war es eigentlich so, hattet ihr wirklich bei Blizzard, durftet ihr da keine Interviews geben? War das wirklich so streng geregelt? Oder wolltet ihr das nicht und habt euch da abgesprochen, dahingehend? Ja, von... Oder darfst du es gar nicht sagen, vielleicht auch. Ja, doch, das kann man schon sagen. Ich meine, man muss das halt verstehen. Blizzard ist halt eine sehr große Firma und wenn sich da jeder einzelne Mitarbeiter äußert, das kann natürlich zu Chaos führen. Und deswegen war da natürlich schon eine gewisse Richtlinie oder auch eine Disziplin von Nöten, dass man einfach mal schaut, wer da was sagt. Und wir haben uns ja auch geäußert, ich meine, auf Gamescom, wir haben auch gewisse Sachen beantwortet, aber es war halt so, dass man halt so, dass man halt lieber so Leute wie Mike Molm oder so die Interviews machen lassen wollte oder wirklich die Spieleentwickler. Die dicken Leute. Die dicken Leute. Das war aber bei Gung Deal noch anders. Das weiß ich noch. Ganz am Anfang von WUW hatten wir ja zweimal nach WUW noch den Gung Deal, beziehungsweise Gary Leusch. Ja, ja. Und der... Den kenne ich auch noch von früher. Ja. Der hat ja viel bei uns gesagt und da war das noch nicht so streng geregelt, oder? Ja gut, man muss halt sehen, die Firma ist ja auch sehr stark gewachsen. Also ich kann mich jetzt irren, als ich angefangen habe, waren wir glaube ich... Wann hast du angefangen? Im Oktober 2005. Also ich glaube, da waren wir vielleicht so 80 Leute, 100 Leute, keine Ahnung, also in Europa. Vielleicht liege ich auch falsch, es können auch ein bisschen mehr sein. Auf jeden Fall ist die Firma in dieser Zeit wahnsinnig gewachsen, weil WUW, der Erfolg hat uns damals natürlich schon überrascht. Und ja, du brauchst so ganz viele Leute auch und die Firma ist halt unglaublich gewachsen. Also als ich gegangen bin, waren es halt, ich denke mal europaweit, schon mehrere Tausend jetzt. Also nicht jetzt 10, 20, 30.000 oder so, aber war schon eine vierstellige Zahl. Ja, es ist ungefähr so viele wie hier im Just-Network-Arbeit. Also ein bisschen weniger. Ja, ein bisschen weniger, ja. Okay. Wie bist du da hingekommen? Also wie muss man sich so da einen Gaming-Werdegang vor Blizzard vorstellen? Was hat sich da verqualifiziert oder kann man es überhaupt so sagen, da anzufangen? Was hast du vorher so gemacht? Ja, also wenn ich jetzt zu lange aushol, dann musst du mich stoppen auf jeden Fall. Ja, nee, ich finde das ganz spannend. Ruhig, ruhig aus. Also es fing wirklich in der Schule an damals. Also ich bin ja auch schon älteres Semester und auch passionierter Retro-Gamer und meine ersten Erinnerungen ins Gaming sind halt so, sogar Pong oder sowas wie Track & Field. Das war geil. Track & Field war geil. Track & Field ist ehrlich gesagt so meine erste Gaming-Erinnerung, wie ich gerade über den Automaten gucken konnte und da halt auf Teufel im Urlaub keinen Bock auf Pool gehabt, sondern ich stand vor dieser Track & Field Maschine und hab da einmal in Taschengeld vor meinen Eltern reingeballert, aber das war es wert. Ja, man hat einen relativ starken, rechten Oberarm. Ja, das war ein gutes Training. Durch das und durch andere Aktivitäten. Ja, war ja klar. Danke Max für den Beitrag. Das war noch vor meiner Pubertät, das kann ich jetzt nicht so sagen, aber ja gut, also ja, dann faszinierter Gamer immer. Ich habe den Amiga abgöttisch geliebt. Also das war echt mein Nummer-eins-Computer und dann ging es halt immer so weiter. Super Nintendo, Mega Drive, was es alles gibt. Lange Rede, kurzer Sinn über PC, viele exotische Sachen und ja, hab dann auch eine Ausbildung in der IT gemacht als Informatikkaufmann und hab dann ein Studium in der Informatik angefangen und hab dann während des Studiums hab ich halt sehr viel WoW gezockt, wie man das halt so macht in Semesterferien. Manche Leute auch nicht während den Semesterferien, aber ja, ich hab mich dann irgendwann auf dem Busfahrt zurück hab ich das halt gesehen, so Blizzard sucht einen Community Representative war das glaube ich damals. und hab ich auf der Rückfahrt so einen Motivation Letter musstest du schreiben, du musst halt einen Lebenslauf, sprich CV und ein Motivation Letter halt machen und da hab ich halt das, den hab ich glaube ich heute auch noch irgendwo, den hab ich dann halt geschrieben und auf Spaß mal hingeschickt und eines Abends, als ich gerade am Raiden war mit meiner Gilde, ruft mich Blizzard an und ich dachte gerade so, oh Mist, Chargeback, weil Student nicht viel Geld und so, und jetzt rufen die da zu Hause an, also ein bisschen naiv und dann war das glaube ich der gute Gary und der Mark waren das, die haben mich damals angerufen und mein erster Kommentar war so, wartet mal kurz, ich bin gerade am Raiden, so und die so, das ist schon mal ein guter Anfang und dann haben wir uns viel unterhalten und so und ja, ich meine, das sind alles Gamer, mit denen ich da geredet hab, ich selber halt auch und ja, da hieß es irgendwann danach, ja komm doch mal nach Paris. Da hab ich gedacht so, ja cool, ich bin Student, ich hab gerade Semesterferien, klar, warum nicht, kann man ja mal machen. Musste ich selber bezahlen, was für mir, was für mir damals neu war und bin dann halt nach Paris gefahren und hab dann gedacht so, ja gut, wenn es klappt, ist interessant, wenn nicht klappt, dann, ja klar, Student ist das ja egal, hab so fest, umwohin, guckst halt, was über den anderen Städten geschieht und Blizzard, muss ich noch erwähnen, ich war seit immer schon Blizzard-Fan, also gerade Diablo 1 und 2, die fand ich halt übel geil, die Spiele, hab die auch ziemlich viel gezockt und wollte halt, also Warcraft 3 hat mir nicht so gefallen, muss ich sagen, also da kam ich nicht so ganz mit zurecht, ich war eh so auf der Diablo-Sparte halt und dann kam ich halt dahin, hatte halt ein Interview, ja der Gary hat mich dann abgeholt und dann hat er mich da hingefahren und der Werte Mark, von dem ich dich auch richtig grüßen soll, Steve. Von dem sollst du mich grüßen, echt? Ja, natürlich. Vom Wennek? Ja, natürlich. Wannek, wir sind doch alles nette Leute, weil wir da gewesen sind. Und ja, dann Vorstellungsgespräch gehabt und ich bin halt völlig locker hingegangen, ich dachte, ja wenn's was wird, dann wird's und wenn nicht, ja hast du auch noch eine andere Karriere, so. Ja, dann bin ich, ja, hatte mehrere Interviews, also auf Englisch auch viel natürlich, bin wieder zurückgefahren, das war morgens hin, abends zurück, ich war entsprechend platt und ja, da hab ich halt einen Anruf bekommen, ich hab glaube ich fünf Interviews noch für Anruf gekriegt mit verschiedenen Leuten aus den USA, aus Europa, also gefühlte fünf. Ja, und dann hieß es irgendwann, ja, wir nehmen dich und das war erstmal so, oh, das heißt ja, ich muss nach Frankreich umziehen, ne? Genau, das wäre nämlich meine nächste Frage auch gewesen, wie ist denn das schwer dann irgendwie, einfach mal ins Ausland zu gehen für sowas? Ehrlich gesagt, für mich, ich fand das schon schwer, also ich bereue es mittlerweile nicht, dass ich das gemacht habe, aber es gibt halt viele Leute, die mich auch so kennenlernen, die sagen halt so, hier bin ich geboren, hier bleibe ich, hier sterbe ich auch halt oder so und es ist mir echt schwer gefallen, also ich komme aus dem Raum Düsseldorf, aus Hilden und bin dann halt da hin und dachte so, du machst das nur für ein Jahr, weil Vodafone hatte mir auch so quasi ein Angebot gegeben, meinst du, hey, wir finanzieren dein Studium zur Strafe, musst du dann bei uns arbeiten später, also das war halt auch gut und mache das natürlich auch als Student, um seinen Lebenslauf aufzubohren und aus einem Jahr wurden dann sieben, ne? Ja. Ja, aber das war, also es war schon schwer, es ist, wenn man sich das vor Augen hält, ist eigentlich, Frankreich ist direkt neben Deutschland und das ist jetzt auch ein europäisches Land, es ist nicht irgendwo in den, keine Ahnung, es ist eine ganz andere Kultur, aber es ist schon sehr anders und es ist schon ein Hammerschritt gewesen. Aber ich kann es dir nur... Warst du die ganze Zeit in Frankreich oder warst du auch, weil in Dublin gab es ja auch irgendwas? In Dublin war und ist, glaube ich, nur Support, Community gilt nicht als Support, also das ist dann halt eine Sache, wo man, wir waren halt in Frankreich die ganze Zeit. Also ich war, im Chat nach Paris kann man nur mit einem Panzer fahren. War eigentlich die Zentrale von Blizzard direkt in Paris drin oder in einem Vorort? Die Zentrale von Blizzard war Willi Sie. Das war halt, ist halt historisch gewachsen, weil das wurde ja von Vivendi übernommen und da war Vivendi auch in dem Office und da wurde erst mal geguckt, ob sowas wie WoW natürlich ein Erfolg wird. Ich meine, man kann sich heute hinstehen und sagen, ja, ist ja klar, aber das war damals überhaupt nicht so, weil die ganze Internetstruktur, die war ja damals so gar nicht gegeben, wenn man mal jetzt mittlerweile acht Jahre zurückdenkt, wann WoW gelauncht ist. Was gab es da für Internet, für Spiele, also aber es ist halt ein Bomben Erfolg geworden, die Firma ist sehr gewachsen und dann gab es halt irgendwann einen Umzug nach Versailles. Achso, nach Versailles? Wie nach Versailles? Habt ihr einfach mal gesagt, okay, wir sind jetzt König von Schloss, oder was? Nee, das Schloss sind wir nicht gezogen. Das hätte aber Stil gehabt irgendwie, wir übernehmen mal das Schloss hier. Ich habe neben dem Schloss gewohnt, eine Zeit lang, muss ich sagen, bis zum Ende. Also ich konnte echt in 60 Sekunden quasi bis zum Hauptgate da gehen und das war eine coole Gegend. Aber wie gesagt, ich bin dann auf Versailles irgendwann umgezogen und auch ein schönes Office und so und da sind sie dann heute noch. Also es ist echt schön geworden. Okay, dann schlaue ich mal auf meine schlaue Liste, weil ich habe mich ja diesmal, und das ist eigentlich ein Ritterschlag für dich, ich habe mich noch nie auf ein Interview richtig vorbereitet, weil ich immer bin, der sehr gut improvisieren kann und einfach nach meinem Interesse die Fragen stellt. Aber diesmal habe ich mir... Ich habe auch noch ein Interview gegeben, muss ich mal sagen. Also nicht, dass ich mich erinnere. Ja, siehst du, das ist für uns beide so quasi das erste Mal. Wie muss man sich die Community-Arbeit bei Blizzard vorstellen? Was war da genau deine Aufgaben? Ja gut, das ist natürlich in der langen Zeit halt gewachsen. Am Anfang war halt, für den deutschsprachigen Bereich waren das halt der Mark und ich, weil der Gary ist ja irgendwann gegangen. Also ich habe ihn halt, als ich da angefangen habe, nicht mehr gesehen. Es gab ja auch Gerüchte, dass er gegangen wurde, aber das darfst du wahrscheinlich nicht erzählen. Das weiß ich ehrlich gesagt nicht, da bin ich nicht so involviert. Also ich weiß nur, dass der Gary nicht mehr da war, wenn ich komme, als ich angekommen bin und dass er sich mit World of War oder Gamona halt macht er jetzt ja hauptberuflich, glaube ich. Ja, ach so, das waren ja Mark und ich und das war halt sehr chaotisch. Man muss sich halt vorstellen, dass so viele Leute auf einmal WoW gespielt haben, dass die Foren einfach echt krass voll waren. Und für zwei Personen ist das halt Wahnsinn. und Mark war da Community Manager, ich war damals Community Rap, hieß das. Und da musste man erst mal jetzt anfangen, irgendwelche Richtlinien zu erstellen. Wie macht man das? Das war halt sehr viel Pionierarbeit. Also es gab es natürlich schon Vorruhen und alles, dass er jetzt nicht was blöd erfunden hat, aber erst mal mit so einer Masse an Leuten umgehen und dass man halt wirklich als eine Firma da davor steht und auch Regeln macht und so. Das war ja erst mal auch so ein bisschen meine Aufgabe, da ein bisschen Regeln und Ordnung reinzubringen. Und ja, das war so am Anfang und das hat sich dann halt geändert natürlich. Wir haben dann ein Team, fürs deutsche Team haben wir dann noch vier Leute noch geholt damals und das dann auch aufzubauen, die ganzen Prozeduren zu machen und alles und dann wirklich Community Arbeit zu machen und das wächst ja alles. Ich meine, vor ein paar Jahren ist da auch sowas wie Social Media dazugekommen, das gab es am Anfang halt auch nicht oder wurde überhaupt nicht benutzt. Also es ist eine Community Arbeit an sich, ist immer ein Wandel, würde ich sagen. Hat Blizzard am Anfang mit so einem Erfolg eigentlich gerechnet? Ich glaube, was die auch in Interviews gesagt haben ist und das nehme ich dir noch ab, dass die halt gesagt haben, ab 200.000 wäre schon geil, aber dass das so groß wird, also krass. Wie wohl willst du es auch wissen? Es gab ja, es gab ja, es gab ja keine Anhaltspunkte. Du hast halt so Spiele gehabt wie Ultima Online oder auch besonders Everquest und so, die Star Wars Dark Age of Camelords, Star Wars Galaxies. Entschuldigung, Star Wars Galaxie auch, aber das waren ja alles so, wie soll man das sagen? Also meiner Meinung nach und ich möchte jetzt nicht als Blizzard Fanboy erscheinen oder so, aber das BOW hat diesen ganzen MMO-Markt so richtig salonfähig einfach gemacht. Auf jeden Fall. Das Großteil auch mal zockt zusammen. Naja, fast jedes MMO. Darauf kannst du dich nicht vorbereiten. Das ist einfach Wahnsinn. Also wie ich das gesehen habe, wie willst du das wissen? Ja, wenn wir jetzt eine Million Spiele haben, dann machen wir das und das. Das sind Erfahrungswerte. Bleiben wir nochmal bei meiner ursprünglichen Frage. Wie sah denn jetzt am Ende, wenn du sagst, okay, am Anfang war das und das, wie sah denn am Ende jetzt so dein Tagesablauf aus? Wenn du morgens aufgestanden bist, und was waren da deine Aufgaben als Community Manager? Also nach der körperlichen Pflege bin ich natürlich dann zum Büro gegangen. Finde ich toll, dass du das noch dazu erwähnst. Hab mir dann einen Kaffee geholt und erstmal unwahrscheinlich viele Leute gebannt. Würden jetzt viele Leute glauben, aber nein, nehmen wir nicht so. Das war natürlich zum Ende jetzt, dass ich, ich hatte jetzt zum Schluss, glaube ich, ein Team von sieben oder acht Leuten oder so und dann war das halt eher so, ja, dass man halt so ein bisschen die Strategien halt vorgibt, man guckt sich das an. Zum Schluss, ich war ja kein WoW-Community Manager, zum Schluss war ich ja europäischer Diablo-Verantwortlicher quasi, kann man sagen. Also ich habe Diablo 3 dann halt mehr gemacht. Ich habe mich ja vom WoW dann vom, was weiß ich, wenn ich mich verabschiede habe, vor zwei Jahren, zweieinhalb. Ja, das war auf jeden Fall, ja und dann redest du natürlich auch mit dem Team, was ist gerade aktuell, worauf müssen wir achten. Du hast natürlich auch so, guckst auch, was im Forum los ist. Also ich habe das Forum immer geliebt, aber mir blieb leider keine Zeit mehr am Ende, weil ich um andere Sachen einfach gucken musste und das fand ich persönlich auch ein bisschen traurig, aber man muss halt auch leider andere Sachen machen. Also Community Arbeit ist natürlich auch bei uns gewesen, wie du persönlich weißt, auch die Gamescom, da haben wir auch immer sehr viel mit zu tun gehabt. Das heißt, diese ganzen Stage-Events, ich weiß nicht, ob du die mal angeguckt hast, du warst ja meist am Mittwoch immer da. Richtig. Richtig herinnern wir. Ich habe es schon verfolgt, ich war nur live dabei, war ich nie, aber ich habe es immer verfolgt natürlich. Ja, also sowas haben wir halt auch gemacht, dass wir halt sowas wie, was auf der Stage schon ein bisschen gezeigt wird und so. ja, ich meine, Community Arbeit generell, kann ich einfach sagen, das ist so eine, ich würde sagen, das sind die Gamer im Haus und das hat ziemlich viele Schnittstellen mit anderen Abteilungen, sei es jetzt Marketing oder PR oder was auch immer und du berätst die dann quasi und die fragen dich, hey, was würden die Community da denken, wenn wir das und das machen und sowas, solche Sachen sind halt bei. Und wie eng wart ihr so an den, ich meine, das ist natürlich eine Frage, die mich persönlich sehr interessiert, wie eng ist man da an den ganzen Seiten dran? Also keine Ahnung, ist es dann deine Aufgabe auch, die Fanseiten zu verfolgen und was darauf abgeht oder ist das eher so sehr oberflächlich? Ja gut, ich meine, man ist ja selber auch so, ich bin ja in die Position gekommen, weil ich halt wirklich passionierter WoWler war und natürlich kenne ich die ganzen Seiten nicht. Die WoW-Szene kannte ich halt, weil ich habe, da habe ich glaube ich das Interview mit Gary gehört, um mich einfach auch so, um mich einfach darauf vorzubereiten, was mich erwartet und weil ich dachte bis dahin, dass Gary halt mein Chef ist und so und dass ich dann halt mal gucke, was der halt so redet. Das war, ich meine, in einem Interview hat er auch damals so einen Satz gesagt, der mich halt so stutzig machen ließ, wo er halt sagte, dass er irgendwie bald weg ist. Aber da habe ich auch gedacht, das hast du falsch verstanden, warst du erst da zum Interview und so. Bei uns haben wir schon gesagt, dass er weg ist? Ich glaube nicht. Ich meine, da war so ein Nebensatz drin, der hat mich halt, das weiß ich noch, das hat mich extrem stutzig gemacht. Da meinte ich so, ja wie, das klingt ja so, als ob der jetzt abhaut oder so. Ich habe mir aber ein neues Projekt erwähnt, da in dem Interview. Ach so. Ich weiß es nicht mehr. Also natürlich, die Fernseiten, gerade mit dem Fernseitenprogramm, da hat man halt viel zu tun. Man muss mal gucken, was die halt machen und man kriegt halt auch sehr viele Anfragen von den Fernseiten. Also, was ist hier mit, was ist da mit, das ist auch deren Job. Hast du ja auch gemacht, du hast mich auch öfters, also, da muss ich auch großen Respekt an Steve sagen, der hat mich halt wirklich jetzt über sehr lange Zeit hat er öfters mal angefragt, obwohl er wusste, dass mit dem Interview es sehr schwer wird, aber er hat halt nicht locker gelassen und das finde ich schon respektabel, muss ich sagen. Hartnäckig. Ja, aber so muss es halt sein. Das sind die Fernseiten halt auch und so haben die auch ihren Erfolg. Die müssen halt die ganze Zeit poken wie halt die Leute und fragen halt, ja, gibt es hier neue Informationen, was ist damit, was ist hier mit und so und das ist deren täglich Brot. Habe ich dir auch nie übel genommen, weil man wurde halt immer in längere Chats verwickelt und auch was die Rahmenbedingungen des Fernseitenprogramms angeht und könnt ihr nicht hier, könnt ihr nicht da und dies und das und das ist auch viel Zeit, klar. Ich habe natürlich immer das Problem, MMOGA ist ja klar, da seid ihr auch bestimmten Regeln unterworfen gewesen. Kamen die eigentlich von euch oder kamen die direkt aus Kalifornien? Das ist eine, ich würde es nicht sagen, eine Richtlinie, sondern auch eine Philosophie. Ich denke, es hat eine gewisse Gaming-Ethik und dazu gehört auch einfach sowas wie Gold kaufen nicht dazu und das habe ich dir auch schon in den Chats gesagt. Ja, klar. Ich denke einfach, also das ist ja nichts Persönliches, dass jetzt du nicht mehr dabei warst, weil wegen Gold und so, sondern das war ja dein persönlicher, deine Entscheidung und so und das hat man dir nicht übel genommen oder so. Deswegen, man muss es akzeptieren, die Firma sagt halt, wir können leider nicht nur so unterstützen und anders halt nicht, weil das halt gegen unsere Gaming-Ethik ist. Ich meine, natürlich muss man auch sagen, dass du einfach auch gute Community-Arbeit machst. Ich meine, du hast viel für WoW gemacht und so, du machst halt durch Animania und so, hast halt ein Format gemacht, was halt natürlich auch viele Leute auf WoW bringt, so gesehen. Aber man muss natürlich auch als Firma, gibt es natürlich auch einfach, und gerade Blizzard hat das einen sehr hohen Anspruch an sich selber, was ich als Gamer auch gut finde, dass sie halt sagen, so, nee, wir wollen da wirklich clean bleiben, sowas gibt es halt nicht. Auf der anderen Seite, ich meine, wie gesagt, du brauchst jetzt hier um Gott, verstehe es nicht falsch, du musst dich jetzt hier um Gottes Willen nicht rechtfertigen. Auf der anderen Seite muss man natürlich sagen, das, was jetzt in Diablo mit dem Real-Money-Auktionshaus abgelaufen ist, da kann man über das Real-Money-Auktionshaus, ist mir vor kurzem bewusst geworden, kann man auch Gold kaufen. Das ist ja im Prinzip nichts anderes. Oder siehst du es halt in Diablo 3 halt doch als was anderes, als zum Beispiel in WoW? Ich denke, das ist ja eine Ökonomie, die du nicht vermischen darfst, weil die Spiele grundverschieden sind. Bei WoW kannst du halt durch Goldkauf, das war ja auch, glaube ich, so nicht vorgesehen, dass du halt wirklich die Real-Ökonomie, die Server-Ökonomie einfach ein bisschen, keine Ahnung, das ist irgendwie nicht fair. Und bei Diablo ist das Spiel halt das ja anders designt, dass das wiederum eine Sache ist, die okay ist. Du hast ja das Real-Money-Auktionshaus und das Gold-Auktionshaus und so. Deswegen sehe ich da die Probleme nicht so stark. Okay. Ich hole jetzt eine kurze Zwischenfrage, bevor ich mit meiner schlauen Liste weitergehe. Du warst ja nun auch Diablo 3, Community Manager, das hast du ja auch gesagt. Mal ganz normal als Fan gefragt, das hat mich gerade auch gefallen, dass du gesagt hast, du hast viel Diablo 1 und 2 gespielt, wie ich übrigens auch. Gerade der erste Teil war ja schon sehr innovativ. Unglaublich lange auch Diablo 2 im Battle.net gezockt. Wie siehst du persönlich Diablo 3 eigentlich? Im Vergleich zu den Vorgängern oder deine Erwartungen an das Spiel als Fan? Ich würde sagen, Diablo 3 oder die ganze Diablo-Franchise, die finde ich natürlich schon arschgeil, muss ich sagen. Also wie gesagt, von 1 und 2. Ich denke, Blizzard hat ein gutes Werk abgeliefert in der Hinsicht, aber ich meine, dass es heutzutage schwer ist, nach WoW, beziehungsweise Post-WoW, wo die Items ja so ein bisschen auch von der Diablo-Mechanik leben, da noch ein Diablo hinterher zu knallen, ist schon eine krasse Herausforderung. Also ich glaube, da war zu viel Zeit zwischen 2 und 3, weil vom Handwerk ist das echt ein gutes Spiel, wenn du dir allein so Sachen guckst wie Animation, Afix-Stil, Musik, Storytelling, alles was ein gutes Spiel ausmacht. Aber ich bin mir ehrlich gesagt, das ist meine persönliche Meinung, ich muss mal betonen, ich bin ja auch nicht mehr bei Blizzard und so, aber meine persönliche Meinung ist, ich bin mir nicht sicher, ob diese Art des Spielens heutzutage noch aktuell ist. Also dieser wiederholende Spielablauf, das ist wirklich nur, jetzt mache ich wieder 1 bis 4, weil ich will die Items kriegen, jetzt mache ich wieder das. Das ist eine Frage, da könntest du, glaube ich, eine eigene Sendung mitfüllen. Wir haben, glaube ich, auch schon mal privat drüber gesprochen, ein paar Mal, wenn mich alles täuscht. Ja, das ist genau exakt meine Meinung, ich finde es interessant. Die Zeit ist halt nach Diablo 2 einfach weitergegangen und viele Leute haben halt nicht Bock, immer wieder dasselbe zu machen irgendwie. Ich meine, du hast es halt schwer, du hast wirklich eine, Diablo hat echt viele Fans, viele lieben das, du und ich ja auch und dann kommt da ein paar Jahre später, schon mehr als eine Dekade später, kommt halt das nächste Teil und da ist halt wirklich sauschwere, das ist sauschwer. Ich fand schon krass, wie die halt StarCraft 2, was das überhaupt geworden ist, nach StarCraft 1. Also das ist, das ist persönlich auch das Spiel, was ich gerade noch am meisten spiele von Blizzard. aber ich finde es Wahnsinn. Also bei Diablo 3, der Druck ist ja auch enorm, weil, keine Ahnung, ich bin kein Spiele-Designer, ich kann dazu nicht viel sagen in der Sache, ich weiß, ich kann es nur auf der Ebene des Spielers sagen, ich habe es wirklich gerne gespielt, ich habe unwahrscheinlich schnell zwei 260er hochgeballert, ich habe es natürlich auch intern vorher gespielt, aber das war dann für mich wenn du dann 60 bist und den schwierigsten Schwierigkeitsmotors Inferno, irgendwann, das ist schon anstrengend und durch die ganzen Casual-Gaming-Sache habe ich mich da eine Zeit auch gefragt, machst du das oder willst du, dass du das wirklich antun? Ich habe das auch mit Freunden gespielt, was mich da immer oben gehalten hat und so, aber irgendwann ist das einfach so im Sande versackt und das, ja, weiß nicht, ob das für ein Diablo gut ist. Meinst du, dass du noch eine Chance krieg mit dem Add-on vielleicht, weil momentan ist ja so ein bisschen Leerlauf schon im Spiel? Ja, also ich denke, man kann Blizzard, man sollte Blizzard niemals unterschätzen, das ist immer noch eine sehr coole Gaming-Schmiede. Diablo, auch wenn viele sagen, Diablo ist das schlechteste Spiel, ist es immer noch ein verdammt gutes Spiel. Also es ist schon Kritik auf sehr hohem Niveau und ich denke, die Leute sind ja alles selber passionierte Gamer. Die sind auch in der Community drin und die zerbrechen sich auf jeden Fall den Kopf. Also ich denke, dass die Blizzard auch im Herzen, dass die da eine sehr große Gaming-Frage betreiben. Ja, schon mal mal. Also ich würde, also ich würde jetzt nicht als Fanboy erscheinen, aber ich habe ja auch aus reiner Überzeugung für die Firma gearbeitet, jetzt nicht um reich zu werden, dann wäre ich, glaube ich, in einen anderen Werdegang gegangen. Aber ich würde da drauf, also das Add-on werde ich mir auf jeden Fall anschauen und auch gucken, was da geht, weil ich bin aber auch Diablo-Fan. Alles klar. Ja, ich gehe mal auf meiner schlauen Liste einfach weiter. Warum, und das ist eine Frage, die sich wahrscheinlich viele stellen, warum hast du bei Blizzard aufgehört? Ja, wie gesagt, das war eine lange Zeit, die ich jetzt da war, das waren sieben Jahre. Das war sieben Jahre im Ausland wohnen, unter anderem auch Fernbeziehungen, Familie und alles. Das ist eine lange Zeit und die Firma, wie gesagt, die ist halt gewachsen und ich stehe auf Pionierarbeit. Ich finde Pionierarbeit, wie es damals zu den Anfangszeiten vom WoW war, wahnsinnig gut interessant. Ich habe da persönlich viel gelernt, aber irgendwann ist eine Firma so groß, da sind dann Prozesse gemacht und so und alles durchexerziert und oftmals steht man sich vielleicht auch ein bisschen selber im Weg und da habe ich das von ProSieben gelesen und das fand ich halt interessant. Also man denkt ja jetzt so, ja ProSieben, das ist halt der Fernsehsender, der die Simpsons zeigt. Das muss ich jetzt sagen, weil ich habe jetzt sieben Jahre auch kein Fernseher geguckt und habe dann halt so ein bisschen mit den Leuten auch geredet und so und ich fand das schon interessant, was die da machen, auch gerade jetzt den Vertrag, den wir mit Sony haben. Also ich weiß nicht, ob du da Bescheid weißt und so mit Planetside 2 und alles. Ja, so ein bisschen Freiheit und dann hat Sony auch eine andere bekannte Marke, die nennt sich EverQuest. Die ist halt auch sehr interessant. Da hast du ja auch schon gesagt, dass da irgendwann ein weiterer Timer rauskommt. Auch DC Universe online, ne? Ja, genau. Das gehört auch dazu. Aber auch also ein wahnsinnig interessantes Portfolio und was ProSieben sich da auch geangelt hat und wenn man mit den Leuten redet, die sind halt gerade in diesem interessanten Aufbauarbeit, Pionierarbeit, die gibt es jetzt auch nicht so lange, die Gamesparte von denen und das hat mich auch so ein bisschen, muss ich sagen, schon gelockt, weil ich stehe auf sowas. Muss man nicht gerade gerade bei sowas irgendwie auch Angst haben, dass das vielleicht irgendwann eingestellt wird oder ist das sicher, dass das irgendwie lange läuft? Weil ich meine, ich hätte in der Position echt Schiss, dass das, also bei Blizzard ist man ja auf der sicheren Seite quasi, das wird laufen, aber bei Sat.1 ProSieben hätte ich jetzt persönlich Schiss, dass das irgendwie so eine Laune ist, die dann vielleicht in zwei, drei Jahren wieder beendet wird, oder? Ja gut, ich meine, ich bin selber ein Spieler, Poker hat man vielleicht ein bisschen, keine Ahnung. Blizzard ist natürlich sehr sicher, aber wie gesagt, die Firma ist halt jetzt sehr stark gewachsen und da geht nicht mehr viel im Sinne von, also ich habe keine persönliche Weiterentwicklung auch mehr gesehen in diesem Sinne halt, also dass ich sage so, hey, ich würde mal wieder was Neues machen. Ich weiß nicht, ob du das nachvollziehen kannst, einfach so, du warst jetzt sieben Jahre da, du hast eine supergeile Zeit gehabt, du hast super nette Menschen und Kollegen kennengelernt, auch durch das alles, aber jetzt möchte ich einfach mal sehen, was ich gelernt habe, was kann ich mit meinen Sachen, die ich halt gelernt habe, jetzt woanders machen. Neue Herausforderungen halt, Ja, sowas, ich brauche halt Herausforderungen, weil sonst langweile ich mich irgendwann auch und das ist aber vielleicht so eine eigene Sache auch. Also es ist nicht das, was jetzt irgendwie die Verschwörungstheoretiker im Netz sagen, irgendwie, dass es da Stress gab oder keine Ahnung was oder du keinen Bock mehr hattest oder deinem Team, was nicht gestimmt hat, du bist da wirklich im Guten gegangen, ne? Ich bin im Guten gegangen, ich habe nach wie vor auch gute Kontakte, also auch besonders zu Marc auch und zu anderen Leuten auch. Ja, genau, genau, also ja, also wie soll man das sagen, wie ist es auch so, bei den Interviews jetzt wie gerade, bin ich halt ein bisschen vorsichtig, weil ich habe eigentlich auch kein Interesse, mich auf Kosten der Firma zu populieren. Das ist halt nichts, wo ich Interesse dran habe, also nicht hier so, oh, der Verschwörungstheoretiker und das und das und oh mein Gott, WoW hat jetzt unter 10 Millionen haben sie jetzt in der Presse rausgebracht und all sowas, aber und deswegen kam halt ProSieben auch da gerade zu und das war halt interessant, mit den Leuten auch immer mal zu reden und es ist eine Herausforderung, ist halt relativ neu, ist gerade so um die 100 Mitarbeiter, die wechselt schnell die Firma auch und ich denke, dass ich mir meine Erfahrungen da auch viel reinbringen kann. Ich weiß nicht, vielleicht kann man das so nachvollziehen, jetzt habe ich was gelernt, jetzt möchte ich mal gucken, was ich gelernt habe, plus meine eigene Philosophie, die vielleicht nicht immer einhergehend ist mit der, wie Community Management und bei Blizzard war, also auf hohem Niveau natürlich jetzt und vielleicht kann ich mich auch ein bisschen so, ja, selbst verwirklichen, klingt so platt, aber mein eigenes Ding so ein bisschen machen oder verstehst du, was ich meine? Ja, ja, ja. Hast du Angebote von anderen Sachen auch? Also gab es andere Optionen noch oder hast du dich nur auf die eine Sache beruht? Es gab, es gab, ja gut, also Headhunter haben halt sehr oft angeklimmelt, weil die Blizzard ist natürlich mega interessant für die. Im deutschsprachigen Bereich, muss ich sagen, ist mit Community Management ist sehr anders als zum Beispiel außerhalb Deutschlands, also sprich USA oder England, weil in Deutschland bist du ein Community Manager, wenn du ein Forum schreibst, wenn du ein Forum schreibst. Bei Blizzard bist du, ist diese Manager-Position eine Manager-Position. Also es ist halt schon was hoherwertiges, deswegen, aber Community Management ist ja relativ neu, kann man ja sagen, vielleicht gerade zehn Jahre oder was weiß ich und da gibt es halt überhaupt keine Regeln richtig für oder wie Leute das sehen und gerade im deutschen Bereich habe ich so viele Angebote bekommen, die vom Geldlichen her die Hälfte sind, was ich bei Blizzard verdient habe und da habe ich auch gesagt, so definiere ich Community Management nicht. Ich bin wieder Support, ich bin kein Marketing, ich bin kein PR, Community Management ist eigenständig und das ist so, wie ich das definiert habe. Klar, man kann es immer irgendwo unterordnen, aber ich sehe es schon als sehr eigenständig an. Und es gab interessante Firmen, die mich gefragt haben, es gab auch schon mal ein paar Gespräche und alles, aber es war halt, es hat mir nie irgendwie so gefallen, muss ich sagen. Okay. Ja, Erziehungsmessen. Entschuldigung, ich wollte mal erst so sagen, es gab halt noch mehrere Sachen für im Ausland, es gibt halt sehr viel, es ist ein sehr großer Markt, aber das war für mich halt so auch keine Option, weil ich wollte auch eigentlich, die Heimat hat schon so ein bisschen gerufen auch nach der Zeit. Gerade wenn du sechs, sieben Jahre dann im Ausland warst, ne? Ja, genau. Auch in Beziehung. Wie sieht es momentan aus? Kannst du vielleicht ein bisschen, du hast ja gerade schon angesagt, über deine aktuellen Projekte erzählen, die du bei ProSieben Sat.1 machst? Vielleicht ein bisschen mehr ins Detail gehen? Ja gut, ich bin jetzt sechs Wochen da, also es ist noch nicht so lang. In der Zeit durfte ich schon mal rüberfliegen und mir SOE anschauen, mit denen wir halt einen Vertrag haben. Wo sitzen die? In San Diego sitzen die halt. Wir waren erst in Los Angeles auf einem Event, da haben wir den Ultimate Empire Show dann gemacht. Du hast ja in Planet Sight 2, hast du ja drei Fraktionen und die gegeneinander kämpfen und dann haben die halt, da war auch Total Biscuit bei und so alles, da haben die jetzt so ein bisschen gegenseitig gebattelt. Der Jace Hall war dabei, war ganz interessant, das mal zu sehen und dann waren wir halt bei denen auch selber und dann die Leute mal halt kennenlernen, wie es halt so ist. Also es war sehr interessant, über Projekte reden und so und was in der Zukunft kommt, kann ich jetzt natürlich nicht viel drüber sagen, ist ja klar, aber für mich das alles, von Gamer zu Gamer ist das natürlich immer cool zu reden. Du gehst da durch deren Büros, denkst du so, hey cool, alles auch irgendwie, Spieler und so und das ist schon eine coole Branche, würde ich sagen. Also ich fühle mich sehr wohl, deswegen bin ich auch wahrscheinlich so lange, bis jetzt so lange dabei. Okay und meine Frage waren ja deine Projekte, genau. Erzähl mal, wofür bist du genau zuständig, was machst du? Planes Teil 2 bin ich gerade zuständig, das ist natürlich gerade so auch ein bisschen Bestandsaufnahme, dass man halt so ein bisschen guckt, wo will man hin mit dem Spiel, was bietet das Spiel, welche Perspektive hat das Spiel, das sind alles so Sachen, die gerade noch geklärt werden. Das ist nach sechs Wochen vielleicht noch ein bisschen früh, aber da ergeben sich halt wirklich viele, viele Möglichkeiten und ich finde auch, das Spiel selber hat sehr viel Potenzial. Also wenn es jetzt zu sehr nach Werbung klingt, aber ich kann es echt nur empfehlen, dass man ein Spiel ist halt free to play, aber es sieht halt immer cool aus und ich bin auch ein bisschen Shooter-affin, also ich habe auch sehr viele Shooter gespielt und es bietet dann wirklich viele Möglichkeiten. Okay. Und für andere Spiele, also wir haben es ja gerade schon über EverQuest oder DC Universe, bist du da auch zuständig oder machen das andere? Ja, da wird man gerade mal schauen, also das ist noch zu früh, um das zu sagen. Bei EverQuest, also bei dem nächsten Teil von EverQuest, da gibt es noch natürlich viele Informationen und wie das dann intern gehandhabt wird, das muss man noch sehen. Okay. So, jetzt gucke ich wieder auf meine schlaue Liste. Ach so, genau, free to play. Da gab es ja heute schon bei uns in den Comments bei Facebook schon irgendjemanden, ey, frag den Tobias mal irgendwie voll die Abzocke und so. Das ist natürlich typisch für bestimmte destruktive Elemente in der Community. Du hast dich auch schon auf meiner Facebook-Seite dazu geäußert. Wie stehst du denn generell? Also jetzt nicht nur auf PlanetSite 2 bezogen, sondern wie stehst du denn generell zu dem ganzen free to play Konzept? Tja, ich muss sogar am Anfang, weil ich eben beim Minister so ein bisschen, ich bezeichne mich selber als Oldschool-Gamer halt. Ich war gewohnt, du gehst in den Laden, packst da 50 Euro oder 60 Euro hin und nimmst die Box mit nach Hause und hast halt das Spiel. Und da war ich halt erst mal ein bisschen misstrauisch, hab dann auch so andere Spiele gespielt und fand dann Leute mit free to play Attitüde war halt so, ja, das ist umsonst. Ich flame erst mal rum, weil ich kann mir ja trotzdem einen neuen Account holen. Das fand ich halt so ein bisschen komisch oder Community halt. Aber ich denke jetzt zum Beispiel gerade am Beispiel von PlanetSite siehst du, dass free to play schon ein richtiger Weg ist. Das nehmen viele an, weil es gibt halt viele Leute, die haben halt nur mal keinen Bock monatlich zu bezahlen und die Anschaffungskosten. Also ist das schon eine coole Alternative, weil du musst es ja nicht kaufen oder so. Du kannst, viele sagen immer pay to win, aber das gibt ja so gesehen nicht. Also gerade bei PlanetSite, wenn man die Waffen vergleicht oder so, das ist so eher nach deinem eigenen Spielstil und zur Not kannst du auch selber kaufen mit den Zertpunkten halt. Du musst so gesehen kein Geld ausgeben. Also ich kann verstehen, dass Leute sagen, so ey, hier, das ist ja voll der Cheat, der gibt Geld dafür aus und so, aber man muss auch sehen, dass einfach Leute Casual Gamer wachsen. Das wird dann immer eine größere Gruppe. Die Leute, die hier, das weiß ich, bejeweled auf dem iPad spielen, das ist jetzt auch keine kleine Menge oder die einfach solche Spiele haben, die sagen, ach so ey, ich hab keinen Bock, mich jetzt hier 20 Stunden hinzusetzen, bis ich die und die Waffe hab, ich will die mir einfach kaufen. Und wenn das Spiel dementsprechend designt ist, dann kann man das meiner Meinung nach auch gut abfangen. Also dass das Spielspaß bestehen bleibt. Und wie ist das mit PlanetSite 2 direkt geregelt? Irgendwas kurz angedeutet, was ist da über den Itemshop genau erwerbbar? Du sagst ja, ist bei euch kein Pay to Win? Du hast halt kosmetische Sachen halt, also so Embleme, alles mögliche und du kannst halt auch Waffen wählen, aber die Waffen ist dann halt, es ist halt, keine Ahnung, wenn du jetzt zum Beispiel mit einem Infiltrator rumrennst oder sowas, dann kannst du halt eine Waffe machen und sagst so, ich hätte gerne eine höhere Schussfrequenz, dafür ist der DPS niedriger, aber dafür knall ich halt mehr, ne, bei höherer Schussfrequenz wäre der DPS ja höher oder so aus einer Art. Aber du kannst so, eine Waffe wählen, ich ziele halt gut, ich hab halt Zielwasser getrunken, ich hab halt mit einem Schussmacher wahnsinnig viel Schaden. Das ist halt so ein bisschen, wie du es halt aussuchen kannst. Okay. Ich und mein kurzer, das hab ich gerade nachgeguckt und hab die Frage schon wieder vergessen. Ich bin auch ein Held. Ist halt kein Pay-to-Win, so seh ich das halt. Spielst du auch andere Spiele? Ich hab hier gerade ne schöne Frage aufgeschrieben, was talkst du selbst in einer Freizeit? Hast du ja auch schon angekündigt, äh, äh, kurz drüber gesprochen. Talkst du andere Spiele, die Free-to-Play sind? Oder? Ja, ich hab, äh, also nur Free-to-Play jetzt oder generell? Ja, auch generell, aber wenn du, du bist ja relativ offen dafür, für Free-to-Play, von daher könnte ja auch sein, dass du da irgendwas talkst, vielleicht League of Legends. Ich hab halt, äh, sehr viel, also, was heißt sehr viel? Ich hab so meine ersten Erfahrungen, ja, League of Legends hab ich angefangen, mal zu spielen, äh, spielen ja auch viele, aber ehrlich gesagt, ich kann von den Dota-Sachen, entweder bin ich einfach zu schlecht oder so, ich reg mich halt schnell auf. Das sagt halt auch genau das richtige Spiel für mich. Aber, ähm, bei League of Legends, da hat mir halt so ein bisschen, gerade wenn du Anfänger bist, dann wirst du ja so unfassbar beschimpft einfach, oder hatte ich den Eindruck, wahrscheinlich ist es jetzt anders, weil es ja schon, und, äh, vielleicht bin ich zu alt dafür, aber ich reg mich dann echt immer auf und ich nehm mir das dann echt zu Herzen, wenn mich jemand so beschimpft, sagst du, boah, du Noob, und du denkst, ja, ich hab grad angefangen, natürlich bin ich Noob. Und, äh, das Beste hatte ich in der Dota 2 Beta, da war die, glaub ich, grad auch neu, da ist das gleiche passiert. Du spielst grad, also, oh, lol, lol, WTF, wie kannst du mit dieser Figur in die mittlere Lane gehen? Du sitzt da so, ja, äh, ich bin Level 1, da spielst du gerade Beta, äh, äh, 1-0 für Bayern, Fallrückzieher. Oh. Wir gucken gerade so nebenbei mit einem Auge. Sorry. Ja, wenn ich dich langweil, musst du sagen. Nee, überhaupt nicht, überhaupt nicht. Der, 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 außerdem ist Max Schult, der hat's ja aufgebaut, ich wollt's nur mal, weil die Community immer auch gerne irgendwie Zwischenstände hört, sorry, ist keine... Ach so. Ich bin hier grad in Bayern, weil das Stadion ist luftige drei Kilometer von hier. Nee, es ist Wolfsburg. Ah, okay, okay, da hab ich jetzt reich geguckt. Entschuldige. Ja, welche Spiele noch? Ich glaub, Free2Play, wo ich das erste Mal wirklich gut fand und gespielt hab, also um einiges, das war hier World of Tanks damals. Oh. Hatten wir vor zwei Wochen auch? Waren wir nicht so begeistert von? Ja, ich glaub, man einfach guckst dir an und denkst dir so, das ist ja das lächerlichste MMO vor dem Herrenpanzer, die sich gegenseitig kaputt schießen. Ja. Aber bei Fußball... Das waren auch unsere Gedanken, muss ich dir ehrlich sagen. Ja, das denkst du dir doch einfach zuerst, aber du denkst, genauso wie du das abstrahieren kannst, kannst du sagen, Fußball ist ja elf Leute rennen hinterm Ball her. Ich denke, das wird dem Spieler nicht gerecht, weil ich finde den Aufbau recht intelligent gemacht und ich hatte auch eine Menge Spaß. Ich hatte aber auch Leute, die mir halt so ein bisschen auch, die mir halt ein bisschen geholfen haben. Da möchte ich, ja, schicke ich noch mal schöne Grüße an den Bernd, an diese Stelle, der hat halt auch einiges gezockt, das ist auch ein Kollege gewesen und der hat mich, Iron Tendaniel, und die haben mich halt so ein bisschen da reingeführt und mein Ziel war es dann einfach einen Tigerpanzer zu kriegen und den hab ich da auch irgendwann bekommen. Ja. Den wollte ich unbedingt haben. So sehen die Träume des Communitymanagers aus, einen Tigerpanzer. Ja, also setzt man sich halt seine Ziele. Ich wollte unbedingt mit so einem Tiger-Tank rumfahren und fand das schon ganz cool. Und was fährst du jetzt so aktuell? Wenn du Zeit findest? Als ich vom Blizzard weg bin, hab ich erstmal wirklich so drei Monate einen Cut gemacht und gar nicht gezockt. Ich war halt viel in Deutschland unterwegs und Urlaub und ich erstmal so ein bisschen Family-Style auf Rollos immer so ganz ruhig. Dann war ich snowboarden, mit vielen Freunden getroffen, so hey, er ist wieder da und so. Es war ganz cool. und dann haben wir wieder angefangen. Ich muss sagen, ich hab jetzt mit ganz, ganz untypisch mit Mass Effect 1 nochmal angefangen, was finde ich ein sehr cooles Spiel. Es war so ein bisschen, um alleine was zu spielen. Starcraft spiel ich wieder ein bisschen öfters. Das spiel ich nach wie vor sehr gerne, aber nur 4 gegen 4, weil ich glaube, das macht mein Herz eigentlich mehr mit 1 gegen 1. Da rede ich mich einfach zu sehr auf. Da könnte ich mich aufregen und natürlich auch Planet Sight, weil ich bin natürlich für ein Spiel auch unterwegs, möchte jetzt als Community Manager sein, was ich auch kenne und wirklich hinterstehe. Das ist mir halt wichtig. Ach so nachvollziehbar, denke ich. Das war bei WoW so, das war bei Diablo so, das ist bei Planet Sight genauso. Das wird auch für die künftigen Spiele sein. Das ist mir persönlich auch wichtig, dass man einfach, sonst kommst du auch nicht authentisch rüber als Community Manager, denke ich. Wie siehst du, ich meine, das ist eine sehr oberflächig von mir gestellte Frage, aber wie findest du, hat sich die Gaming Szene in den letzten, sagen wir mal, 5 bis 10 Jahren entwickelt? Wie siehst du die deutsche oder von mir aus auch die internationale Gaming Szene aktuell? Das ist schon eine gute Frage. Also Gaming Szene hat sich ja auf jeden Fall sehr stark verändert, weil früher war Hardcore so das Motto, dass man halt, dass man halt ein Spiel wirklich ein bisschen so studieren muss und alles versucht rauszufinden und das wandelt sich alles zu diesem Casual Style. Ich denke, Spiele sind ja auch sehr teuer in der Produktion, das muss man einfach so sehen und man muss halt sehen, dass man die Leute aber kriegt, um das zu refinanzieren. Ich meine, letztlich sind die Spielhersteller ja auch, sind ja Firmen und die haben Interesse, aber einfach Geld zu machen, ihre Leute zu... Was? Was zu essen. Ja, das ist unfassbar. Viele Leute finden das eine Unverschämtheit, aber die Illusion muss ich leider nehmen. Es ist so, also ich habe auch gerne ein Dach über dem Kopf. Das ist nicht. Ja, aber das ist halt sehr stark auf Casual gegangen und ich denke, gute Spiele sind die, die halt den Einstieg sehr leicht machen, aber die auch wirklich viel Freiraum bieten, dass du dich da so ein bisschen professionalisieren kannst. Das fehlt mir bei Diablo 3 zum Beispiel so ein bisschen im Gegensatz zu 2. Also man sagt ja immer, so eine ideale Gaming... Ja, so eine ideale Gaming-Philosophie ist halt easy to learn, hard to master, also leicht reinzukommen und dass du halt auch viel Potenzial nach oben hast und ich meine, guck dir WoW an früher zum Beispiel, wie leicht, das war eine Revolution, wie leicht du ein MMO spielen kannst, wie das da beigebracht wird, dass das alles so geordnet ist und dass du das verstehst. aber es war früher hinten raus ein bisschen schwieriger als heute, musst du auch. und dann hast du halt, ja klar, also Molten Core, was man da gewiped ist und so, eigentlich von der Instanz her, wenn man das mal jetzt nicht so im verklärten Blick von früher guckt, ist ja jetzt nicht so die hübscheste Instanz, aber ich hatte da unfassbar viel Spaß drin und auch hier Nefarian zu wipen und das dann alles rausfinden, wenn es noch keine Taktiken gibt, das ist halt super, also das war für mich halt gut. Und Nyxia auch zum Beispiel, Nyxia ist leer, das war ja der Wahnsinn damals, wie man da, wie man da auf die Dinger hochspringen musste und so, also es ist hinten auf die Ränder und ich geh ja nicht zum Schwanz, oh, welcher Idiot hat sich in die Welpen kicken lassen und so, wenn man an die ganzen Oldschool-WOWler, also sowas halt. Und ich denke, es ist einfach wichtig, dass ein Spiel diese, ja, ich meine, es gibt auch Spiele, wenn du nur Capable-Player bist, dann hast du halt so Sachen, da bist du halt schnell mit zufrieden, aber ich denke, gute Spiele, langlebige Spiele, die müssen halt so ein bisschen beides bieten. Ein leichter Einstieg und dir auch ziemlich viel Entwicklungsspielraum einfach zugestehen. Wie würdest du sagen, um auch mal eine Frage anzuknüpfen, wie hat sich das Ganze entwickelt, deiner persönlichen Ansicht nach, die Gaming-Szene und die Computerspiele an sich? Positiv oder eher negativ? Ja gut, ich weiß nicht. Diese Casualisierung zum Beispiel, die hier so im Raum steht. Ich habe gehört, mit dem Alter wirst du ja ein bisschen sturer und ich habe natürlich auch ab und an geflucht, denkst du, boah, was machen die jetzt so leicht oder wenn ich in so einem Shooter stehe und dann sagen die dir halt so, ja, guck mal nach links, oh toll, hast du super gemacht, dann komme ich mir persönlich als fast 30 Jahre spielen oder wie lange auch immer, kommst du dir halt ein bisschen verarscht vor, auf gut Deutsch, aber das ist halt so der Punkt. Ich meine, die wollen die Leute halt zum, dass sie halt da reinkommen bringen und das ist auch in Ordnung so, aber wenn du das halt verstanden hast, dann ist es auch in Ordnung, finde ich. Also ich finde es teilweise, kam mir das ein bisschen zu einfach vor, ich weiß nicht, wie es dir dabei geht, ob du das genauso siehst oder nicht, aber ich denke, das ist der Lauf der Dinge und das ist bis zu einem gewissen Grad auch in Ordnung. Hast du denn auch so eine persönliche Prognose für die Zukunft? Was glaubst du, wo sich das Ganze hin entwickeln wird? Eine Prognose? Ja gut, ich bin jetzt kein Analyst oder so, ich bin nur ein passionierter Spieler. Ich muss trotzdem antworten. Allein vom, ja, ich brauche nur kurz Zeit zu überlegen, weil du musst ja, wenn man den ganzen Kreislauf des Game Development sieht, ist ja halt, das ist ja schon teuer mittlerweile, also du hast nicht mehr wie früher, war am Amiga, was ich, Turrican war mein absolutes Lieblingsspiel, Turrican 2, an die Leute, die es noch kennen, da waren dann fünf Leute vielleicht dran oder so und heute hat so ein Triple A, also so ein... GTA 4? Ja, sowas zum Beispiel, da hast du einen Abspann wie im Kinofilm, da sind dann 120 Leute, ja, ich meine, der Rob Pardo, der hat ja auch schon mal gesagt, auf der Game Developers Conference, was ein Unternehmen jetzt in die Hand nehmen müsste, um sowas aufzubauen wie WoW, ich weiß nicht, ob ihr das mal gehört habt, die Zahlen, da wird, da wird der Firma halt gesagt, so, also, wenn ich das richtig noch gelesen habe, da muss er halt 500 Millionen Dollar in die Hand nehmen, um diesen ganzen Apparat aufzubauen, Game Development von Support und alles und so, und das ist, das ist, das ist richtig teuer und dahingehend, um jetzt nochmal die Kurve zu kriegen, sind natürlich auch Investoren hinter, die halt eine Menge Geld hereinpumpen und die wollen natürlich auch, die machen das nicht aus Spaß und erfreut, sondern weil die einfach auch so ein bisschen Geld dafür sehen wollen oder Gewinne halt. Deswegen muss so ein Spiel einfach auch für die Leute so gestaltet sein, dass sie da leicht reinkommen, weil wenn du ein Spiel hast, so, boah, kapiere ich nicht, gehe ich sofort raus, dann hast du halt ein, so unromantisch, das klingt, aber hast du einfach auch einen Kunden verloren. Das heißt, in fünf bis zehn Jahren siehst du die Gaming-Szene wo oder welche Richtung wird sie sich entwickeln? Ich denke, diese Vercasualisierung, dass wir da so langsam vielleicht den Höhepunkt erreichen und dass das dann halt, dass die Spiele vielleicht sich so ein bisschen breiter fächern, dass sie halt wie WoW halt die verschiedene Entfaltungsmöglichkeiten bieten, dass du halt verschiedene Sachen machen kannst. Wie sind die Indie-Games in diesem Zusammenhang eigentlich? Ich denke mal so, die Indie-Games, das ist sehr erfrischend für die ganze Gaming-Branche, weil das sind halt die Leute, die halt wirklich mit Innovation auftrumpen können. Was ich, sowas wie Minecraft, da hätte auch keiner gedacht, dass das so ein Erfolg wird. Also, das ist ja für viele auch nicht mal ein Spiel in der Sache, aber das macht halt super viel Spaß mit diesem Baukasten da halt was anzufangen und jeder definiert sich seinen Spielplatz selber. Du hast halt diese Entfaltungsmöglichkeiten. Oder, ich habe noch gerne gespielt von den Indie-Games, aber ich habe den Namen jetzt vergessen, da konntest du die Zeit so zurückdrehen, das war so ein Oldschool Jump'n'Run. Limbo? Nee, nicht Limbo. Ich weiß, das sah aus wie so ein Hobbit in... ne? Nee, also, wie hieß das Spiel? Das ist auch egal, aber das sind so Spiele, die sind erfrischend, die haben jetzt nicht vielleicht die krasses 3D-Grafik, weil die einfach nicht die Manpower oder das Geld dahinter haben, aber das sind die Leute, die auch immer so erfrischende Neuerungen meiner Meinung nach reinbringen und da ist auf jeden Fall, das ist vielleicht mit der Filmbranche gut vergleichbar. Das ist eigentlich, kann man das 1 zu 1 fast kopieren. Braid, genau, das sagt mir gerade einer bei Chat. B-Raid, Braid, ich weiß nicht, ob das jemand kennt. Ah ja, mir fehlen der Namen und ich einen. Ich wusste was, ich weiß nicht. Vielen Dank an den Speck auch dafür. Ja. Also ich denke, das ist schon ganz gut, das ist wie mit den Filmen, du hast halt diese Indie-Film-Festivals, wo die Leute mal auf was ganz Neues gehen, dann machen die... Ein Artist, gutes Beispiel. Zum Beispiel, also ein Stummfilm, denkt da auch einer so ein Quatsch, also wenn du zu Universal gehst und sagst, ich hab hier so ein Drehbuch ein Stummfilm, ich nehme, ich brauche 50 Millionen Dollar, dann sagen die die Gelbgeber, du spinnst wohl. Kannst aber jetzt sagen, guck mal, ein Stummfilm, der hat dir hier Geld gemacht, dann gibst du mir dann und sagst, ja okay, du kriegst halt 20 Millionen oder so. Ich denke, das kannst du halt übersetzen. Le Miserable. Na gut, Chicago hat auch Oscars gewonnen. Das war auch ein Musical. Zehn Jahre vorher. Na ja, ganz kurz, Abschlussfrage von uns, wie gesagt, die Community ist schon schadet mit den Hufen, die wollen ja auch ganz viele Fragen stellen. Von mir noch die letzte Frage, wo siehst du dich denn selber in fünf bis zehn Jahren? Tja, das ist eine gute Frage. Also ich fühle mich im Community-Management-Bereich schon sehr wohl, weil ich auch gerne mit Leuten zu tun habe. Also ich habe es immer unheimlich genossen auch, sei es auch auf Messen, wie der Gamescom, jetzt nicht gerade auf der Bühne, das war immer so am Anfang ein bisschen unfreiwillig, aber halt so mit den Leuten direkt zu reden, weil du redest ja klar... Ganz kurz, du bist niemand, der gerne in so richtig im Mittelpunkt steht, oder? Du bist mehr so jemand, der so lieber aus dem Hintergrund agiert, oder? Ja, wie gesagt, ich stehe nicht darauf, in meiner Denke, das soll jetzt nicht so falsche Bescheidenheit klingen oder so, aber das fand ich halt immer falsch. Also meine erste Gamescom, so als kleine Enekdote, da hat der Marc mir halt so, da hat mir ein Mikrofon und dann meinte der Marc, habe ich zu Marc gefragt, wer moderiert denn hier eigentlich? Und dann meinte er auf einmal so, du und gib mir das Mikrofon in die Hand. Ja, ich war schon. Ich war so völlig perplex, das passt ja gut zu dem, unbewusster Wortwitz. Ja. Und ja, dann habe ich so mit dem Mikrofon gesprochen, so Hallo, und dann kam ich so Hallo aus dem dicken Boxen und mein erster Instinct war gewesen, Scheiße, ich renne jetzt weg, aber das musst du ja machen, das ist ja ein Job und so. Und ja, also ich muss nicht im Mittelpunkt stehen, das haben viele immer geglaubt, ob intern oder andere Leute, dass ich halt so eine Rampensau bin, aber klar, es macht ja auch Spaß in der Zeit, also das will ich jetzt nicht verneinen, aber es ist nichts, was ich für mein Ego brauche. Also mit den Leuten reden, so direkt oder so, das habe ich immer sehr viel genossen, als auf der Bühne zu stehen und erst mal am ersten Tag fünf Minuten lang so einen Herzkasten zu haben. Tja, das ist so eine Mentalität, du kannst halt, jeder ist da anders, ne? Ja, ich habe jetzt kein Problem, wie du siehst, auch im Interview mich hier jetzt irgendwie zu unterhalten und alles oder auf der Bühne zu stehen und aber das ist auch nichts, wodurch ich meinen Erfolg irgendwie definieren würde. Also wie gesagt, wo ich in fünf bis zehn Jahren bin, vielleicht weiter im Community-Menschment-Bereich, irgendwas mit Leuten, persönlich ist ja jeder, der in der Gaming-Branche arbeitet, immer so, hey cool, ich würde gerne mal ein Spiel machen oder so, da weiß ich aber mittlerweile, dass du da echt viel auf dem Kasten haben musst und viel Erfahrung und alles und ja, wird man mal sehen, vielleicht im Projektmanagement- und Producing-Bereich, aber wie gesagt, Community macht mir einfach noch sauviel Spaß gerade, einfach mit den Leuten auch mich zu unterhalten. Klingt gut. Gut, Marc, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich muss tierisch nötig auf die Toilette und da würde ich sagen, verbinden wir das mal mit der Möglichkeit, dir Fragen zu stellen, liebe Community, wenn ihr dem Gnorok, heißt das eigentlich noch Gnorok auch bei ProSieben Sat.1 oder bist du jetzt einfach nur... Ja, aber ihr könnt ruhig, ich könnt Tobi sagen, Gnorok ist... Alles klar, also wenn ihr dem Tobi Fragen... Ja? Ich habe mich in diesem Chat auch angemeldet unter einem total dummen Namen, weil der Name Gnorok schon vergeben war, habe ich ihn einfach wieder Gnorok genannt, was total dumm ist, aber ich schreibe mal in dem Chat, dass die Leute dann wissen, wer ich halt bin. Alles klar. Also liebe Leute, wenn ihr Fragen stellen wollt, da im Quakenet-Route-JustNetwork.eu, nee, nur JustNetwork, einfach den Stivinho, AFK, die Fragen stellen oder ihr könnt dem Stivikules im Twitch-Channel einfach Messages schreiben, einfach mit links auf meinen Namen klicken und Message und dann werden wir gleich dem Tobias die besten Fragen stellen und ich würde jetzt sagen, ich gehe erstmal auf Toilette. Was ist denn los? Bis gleich. Bis gleich. Ich lasse dich jetzt einfach mal so in der Leitung, ne? Beziehungsweise danke an die Regime an dieser Stelle. Tobi, wir hören dich wieder oder beziehungsweise hörst du uns auch wieder? Ich höre euch sehr gut, ja. Hört mich auch? Ja, erste Sahne. Ja, Tobi, du hast gerade in der Unterbrechung schon gehört, natürlich gibt es Drolf-Fragen, die alle von dir wissen möchten. Was ist Titan? Ja, ich möchte mal hier eine Frage, ich glaube, die hast du mir eingebracht, Steve. Ja? Da kam eine Frage, ich habe den Namen jetzt, hat World of Warcraft dich wirklich so reich gemacht oder übertreiben da die Fansats wie WoW-Szene? Was habt ihr denn über mich geschrieben? Das ist totaler Bullshit. Das haben wir nie geschrieben, das wüsste ich sowas. Also das haben wir euch ja oft geflamed, aber sowas, nee, das können wir auch gar nicht beurteilen. Ich habe jetzt kein Ferrari oder Porsche oder sowas und auch kein Eigenheim und... Bugatti dafür. Ein Bugatti, genau. Nee, ich fahre ein ganz vernünftiges Auto, nichts Großes. Was für ein Auto fährst du? Ich, da ich ja sehr viel gependelt bin aus Frankreich, habe ich mir irgendwann, ich hatte erst einen Seat Ibiza mir geholt, als ich nach Frankreich ging, habe ich mir geliest, weil ich ja Student war und dann habe ich mir irgendwann einen Seat Leon geholt, einen Turbo-Diesel, weil ich bin jährlich 35.000 Kilometer gefahren und das ist jetzt auch kein Porsche, würde ich sagen. Der ist in Ordnung, hat seine 150 PS, das ist okay. Gut. Dann, was... Ja, Titan. Ja gut, ich kann total verstehen, dass die Leute alle wissen wollen über Titan, aber ich frage mich immer so in zweiter Hinsicht, wollt ihr wirklich, will man das wirklich wissen? Ist das nicht so wie alle Tricks drauschen, alle Tricks draus wissen? Das ist doch total blöd, oder? Ja, das ist ein schlechtes Vorbild, weil ich muss ja die Fragen vorlesen. Ja, mach mal so lange auf Vollbild wie geht. Alles klar, ich soll dich auf Vollbild machen, Tobi, sorry. Auf was? Ich soll dich auf Vollbild machen, sagt die Regie. Ah, okay. Ja, erzähl, jetzt hau mal raus. Also, wegen Titan, das finde ich immer so, wenn die Leute drüber fragen, klar, die sind neugierig, kann ich total verstehen, aber ich finde, das ist immer so ein bisschen wie sich selbst den Spaß irgendwie durch Cheats oder sowas einfach selber wegzunehmen. Und, ich meine, ich sage es direkt, ich will ja nicht irgendwie jetzt die Leute auf die Folter spannen, ich, aus meiner eigenen Überzeugung raus möchte ich dazu einfach nichts sagen, weil ich habe da einfach viel zu Respekt vor dieser Firma und habe überhaupt kein Interesse dran, auch denen irgendwie in die Suppe zu spucken, weil dafür finde ich die alle viel zu sympathisch. Abgesehen davon, dass sie dir deinen Arsch verklagen würden, ohnehin. Ja gut, das war ja klar. Aber wie gesagt, na, ich meine, das ist halt nicht so. Aber du weißt es, du hast, weißt es. Natürlich weiß ich da halt mehr. Alles klar. Nur mal so, ich will jetzt nichts wissen, darfst du auch nicht, aber du weißt es. Ich hatte halt wirklich auch das Glück, dass ich öfters mal hier den Herrn Morhaim kennenlernen durfte, also jetzt nicht so, hey, Best Buddies oder sowas in der Art, aber man kann ihn ja kennenlernen und ich finde, das ist ein arschsympathischer Typ und ich gehe mir ja total schäbig vor, wenn ich den Leuten dann was verraten würde. Das finde ich nicht richtig. Also ich habe es auch nie verstanden, wenn da irgendwelche Leute, die halt wirklich vielleicht im Streit mit der Firma gegangen sind und sich dann auf Kosten der Firma irgendwie in der Öffentlichkeit da irgendwie so hinstellen müssen und sagen so, ja, ich kenne dies, ich weiß das und ich weiß nicht, was das soll. Also ich finde das immer so, ich finde das persönlich immer so ein bisschen, ja, wie soll man sagen, es ist schlecht, das Deal. Klar, ich meine, die Fanseiten, die wollen natürlich alles wissen, dass es deren Wissen ist, kann ich auch total verstehen, aber ich hoffe auch, dass die Leute mich verstehen können, dass ich das aus persönlichen Gründen einfach nicht einsehe, dass ich da irgendwas zu sage. Also ich hoffe, das wird mir verziehen. Schade. Naja, war ein Versuch wert. Sag es oder stech das, ich stech das Stofftier meiner kleinen Schwester ab. Das ist aber, das ist aber gemein. Nein, ich, 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 kann mir verziehen werden. Gut, ich lese mal ein paar Fragen vor. Mann, der vielleicht Einblicke in die Struktursebene von einer großen Spielerfirma hat. Was meint er, wieso gute Spiele denn ständig teurer werden, obwohl sie nicht wirklich Innovationen bieten? Beispiel SWTOR, soll ja die Sprachausgabe so teuer gewesen sein, wobei dort so unendlich viele Alien-Stimmen sich wiederholten. Das war ein Witz. Ja, warum werden Spiele immer teurer? Werden Spiele immer teurer? Ja, eigentlich schon, kann man so sagen. Ja gut, ich weiß noch, damals für meine Super Nintendo-Spiele habe ich unfassbare 120 Mark bezahlt. Das sind glaube ich 60 Euro heutzutage. Die kosten Konsolenspiele nach wie vor, wenn ich das richtig sehe, oder? Naja, die Playstation 3 zahlt ja auch immer die Konsolen nicht. Also, Call of Duty kostet schon so 70. Call of Duty legt auch auch noch so ein bisschen Call of Duty finde ich auch recht teuer in gewisser Hinsicht. Ich würde mir ein Spiel nicht für über 50 Euro da persönlich holen. Das sehe ich auch nicht ein. Die sind zwar gut gemacht und Spiele werden vielleicht einen Hinblick teurer, dass es gibt halt solche Sachen wie Inflation, dann gibt es solche Sachen, dass halt viel mehr Aufwand. Also wie ich schon mal am Anfang sagte, du hast halt einmal gesagt, vier Leute, die halt ein Spiel machen, dann hast du auf einmal 100 Leute, die ein Spiel machen. Es ist ja nicht billig, ein Spiel zu machen. Und eine Firma will auch Gewinn machen auch. Von daher, es gibt natürlich vielleicht auch Leute, die es übertreiben. Das muss halt jeder selber entscheiden, aber letztlich kann man sich ja selber entscheiden, welches Spiel man holt. Dann gibt es auf gewissen Online-Plattformen auch immer nette Sonderangebote, wo man da auch zuschlagen kann. Du bist schon so ein Verkäufer, du. Nein, aber ich frage mich das ja selber. Ich bin ja auch Gamer. Ich habe dann auch solche Sachen so, boah, für das Call of Duty, was dann genauso ist wie das davor, da gebe ich doch keine 70 Euro aus und spiele dann nur vier Stunden die Kampagne oder sowas. Das kann ich durchaus nachvollziehen. Gut. Aber ich frage mich halt, ist das wirklich so viel gewachsen über die Jahre? Ich finde schon. Ich weiß, nee, finde ich nicht. Findest du nicht? Nee, eigentlich nicht. Also Konsolen-Spiele, PC-Spiele vielleicht, da gab es, wenn ich mich richtig erinnere, früher, da waren die teuersten vielleicht 100 Euro, das war so das Höchste. Die haben so zwischen 60 und 90 die Amiga-Spiele gekostet, D-Mark noch. Das ist dann vielleicht schon, da müsste man noch mit der Inflationsrate gucken, um das dann irgendwie im Zusammenhang zu sehen. Und dazu bin ich, das habe ich jetzt nicht im Kopf, muss ich sagen. Vielleicht liegt es daran, du kommst also vor, weil es heutzutage so viele gute Spiele gibt weniger zu früher. Also die Qualität ist deutlich gestiegen und man kauft sich vielleicht mehr Spiele. Ja, das kann sein. Dass es so gefühlt dann ein bisschen teurer wirkt, aber... Ja, es gibt wenig, es gibt wenig schlechte Spiele. Heute hast du so ein Spiel, was so mit 70 Prozent ist, das sieht es schon schlecht an und viele kaufen das nicht mehr. Das neue Alien-Spiel, haben wir doch vorhin drüber gesprochen. Ja, das ist aber wirklich schlecht. Das ist richtig schlecht. Das soll unfassbar schlecht sein, habe ich gehört. Ich habe es noch nicht gespielt. Ich hätte mich sonst interessiert, aber jetzt durch die ganzen Internet-Sachen auf Reddit und was da alles gibt, da gucke ich mir das, glaube ich, noch mal an. Ganz kurz, die ganzen DK-Fans machen so ein bisschen Stimmung bei uns und regen sich darüber auf, dass wir ein bisschen überzogen haben. Ja, ich kann ja auch gerne gehen. Nee, kommt nicht in Frage. Ihr Lieben, bei uns sind die Zeiten nur mal so große, grobe Richtzeiten. Seid bitte nicht böse, wir werden natürlich mit dem DK dann auch ein bisschen überziehen und der wird hier seinen Platz auch kriegen. Lieber Dennis, du bist gleich dran. Ja, wir werden ein bisschen überziehen. Freut euch drauf. Ja, es ist nicht so schlimm, finde ich. Ich bin auch mal gespannt. Wir kennen jetzt so nicht im Let's Play bin ich jetzt auch nicht so firm, aber das gucke ich mir gerne mal an. Alles klar. Jetzt habe ich schon wieder den Fahnen verloren. Ach ja, Tobi, Meister Yoda möchte wissen, wird er mit ProSieben auf der CeBIT sein? Ist hier eine Frage? Oh, das habe ich schon beantwortet. Ich bin das erste Mal seit langer Zeit nicht auf der CeBIT. Finde ich auch ein bisschen traurig, aber ich werde nicht da sein. Und ProSieben, also erst mal nicht da. Das ist natürlich eine Option vielleicht mal, kann man jetzt noch nicht viel drüber sagen, aber das wird man halt sehen. Also auf dieser CeBIT auf jeden Fall ist nichts geplant, soweit ich das jetzt weiß. Frage an Herrn Jahn, wie sieht er die Zusammenarbeit zwischen den Kollegen und der Community in den Foren und so weiter und ob er seinen ehemaligen Kollegen Nikolas de Blablabla kennt. Nikolas war bei GIGA WoW zu Gast. Wussten die GMs, wann der nächste Patch kommt und was dort neu implementiert wird in das Spiel? Das sind ja gleich viele Fragen auf einmal. Also ich kenne zwar einen, der Nikolas heißt, aber jetzt von GIGA sagt man jetzt ehrlich gesagt gar nichts. Ja und wie ich mit den Kollegen aus dem Forum zurechtkomme oder was war jetzt die Frage? Ja, ja. Also wie ist die Zusammenarbeit da? Wer sind die Kollegen aus dem Forum? Wahrscheinlich die Forum-Mods. Ja, das war ja so quasi mein Team. Also das ist, die Leute, die im Forum waren, also vom Community-Team oder meint ihr jetzt die Game Master, die im Support-Forum sind? Also keine Ahnung. Ich kann gerne nochmal zugeben. Also natürlich mit den Leuten, die in meinem Team da waren. klar, was soll ich dazu sagen? Mit dem hat man sich natürlich gut verstanden auch, weil auch so schön, war ein gutes Team, also alle Teams, die ich bis jetzt hatte und mit den Kollegen von anderen Abteilungen haben auch gut zusammengearbeitet. Wie gesagt, Community ist einfach eine, ist eine Abteilung, die halt Schnittstellen mit unglaublich vielen anderen Abteilungen hat und da haben wir noch gut zusammen, meiner Meinung nach. Es hat auch gut geklappt, wie gesagt. Okay. Der Detrius möchte dein, ich weiß auch nicht warum, aber er schreibt, es möchte dein Musikgeschmack wissen irgendwie. Was magst du so an Musik? Ich meine Musikgeschmack, der ist ziemlich vielseitig eigentlich. Kommt doch so ein bisschen gerade auf stimmungsmäßig an oder das ist gerade, seit geraumer Zeit, finde ich halt Kalkbrenner ganz gut. Was? Kalkbrenner? Sagt man auch nichts. Paul Kalkbrenner, kennt ihr nicht? Nein. Kennt nicht Paul, Sky & Cent, das kennt ihr auf jeden Fall, das war so in den Charts. Ich war ja schon abgeschottet in Frankreich, ich habe mich hier mitbekommen, aber den kenne selbst ich. Und das ist halt so, ja, kann man sagen, Elektromusik halt. Aber ich stehe auch, so Punk Alternative, finde ich halt auch gut. Habe ich immer sehr viel gehört. Ich bin früher aufgewachsen mit Rage Against the Machine, Bad Religion, ein bisschen Ska mit Millen, Colin halt, aber auch halt ein bisschen Elektro auch. Also so auf die beiden Sachen, und ich muss zugeben, ich höre gerne auch noch so ein bisschen eine Retro-Gaming-Mucke ab und an, wenn es mich überkommt. Tetris. Zum Beispiel von Chris Hülsbeck, der hat so ein bisschen hier die ganze Turrican-Musik gemacht hat, das höre ich ganz gerne. Oder sei es auch jetzt von Mass Effect. Der Soundtrack, der bläst du da, okay. War es jetzt ein Statement oder musst du wirklich in die Nase putzen? Okay, ich muss wirklich, das war alles rausgehauen, aber von daher wird das in nächster Zeit nicht normal passieren. Das ist mir aufgefallen, der Mass Effect Soundtrack, der ist halt auch richtig gut. Dass du das mal gezockt hast. Ja, sicher. Das ist schon ein guter Soundtrack. Ich habe jetzt so noch drei sehr, sehr interessante Fragen. Ach, Acid Folk ist natürlich mein Lieblingslied, muss ich noch sagen. Alles klar. Wirst du eines Tages nochmal in die Sendung kommen, ist hier die Frage. Wir werden dich einfach weiter penetrieren. Von daher kann ich... Ja, es kommt nur an, es ist ja auch so ein bisschen Nachfragebedarf und auch deine Sache. Oder bis jetzt macht es Spaß, wie die Community das sieht oder wie du es siehst, steht auf dem anderen Blatt halt. Und zwar möchte der Tester EMX meinen Lieblingszongbrechername. Und zwar, natürlich fragt er auch Titan, was das ist. Kannst du uns ja nachher nochmal erzählen. Warst du eigentlich auch als Game Master tätig? Das warst du, glaube ich, nicht, oder? Ich bin direkt im Community Team eingestiegen und das war auch mein Wunsch von Anfang an. Also es gab natürlich auch viele Game Master Ausschreibungen. Ich will jetzt nicht despektierlich zum Game Master sein, aber das war halt eine Tätigkeit, die ich halt nicht machen wollte. Und ich habe mich halt direkt für ein Community Team beworben und gesagt, entweder das oder gar nicht. Okay. Jetzt vielleicht die, oder eine der interessantesten Fragen, des Abends, findest vom Palentium, dem Marvin, findest du, dass WoW immer noch ein sehr gutes Spiel ist und vor allen Dingen, wie stehst du zum neuen Add-on? Gut. Ich denke, aus meiner eigenen Sicht, ich kann WoW gerade nicht mehr spielen. Ich habe das halt wirklich viel, sehr, 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 sehr viel gespielt, auch sehr gerne gespielt, das muss ich sagen. Hat mir sehr viel Spaß gemacht. Irgendwann kam dann so, irgendwann, wenn du da nach ein paar Wochen oder Monaten für Blizzard arbeitest, für WoW, und du stehst im Stau und willst unbedingt nach Hause, damit du den Raid noch kriegst und kriegst dann Minus-DKP, weil du zu spät kannst, dann kommt hier irgendwann so, ich glaube, ich gehe in die zweite Liga der Raids und werde so Ersatzmann, weil irgendwann wird es halt zu viel. Ich habe es dann weiterhin gerne gezockt, durfte auch noch in der Gilde bleiben, in der ich damals war und habe da aber nicht mehr mitgeraidet. Das hat nicht mehr funktioniert. Nicht mal als Community-Manager, sogar als Community-Manager kriegt man Minus-DKP, das muss ich mir mal vorstellen. Skandal. Ich war in einer sehr, sehr geilen Gilde, die auch mal vor GamesCorp für uns raiden durfte, aber die wussten die meisten gar nicht, wer ich war, weil natürlich als Blizzard-Mitarbeiter war, da hältst du dich zurück. Also da kannst du, den machst du so und so, den Encounter, das gibt es halt nicht, das machst du auch nicht. Und ja, da konnte ich halt nicht mehr auf diesem Niveau mitraiden. Ich glaube, du kennst das auch, das war eine Gilde, die hieß dann später Deadly Minds of Egwin, das war in der Vorreiter-Gilde. Deadly Minds sagt mir irgendwas, ja. Das war zuerst, als du auch auf Egwin war, mit Destiny, oder was? Destiny, genau. Es gab Fairytales und Destiny, ich war in der Fairytales-Gilde und ja, das waren so die beiden konkurierenden Gilden, glaube ich, Fairytales und Destiny, aber da habe ich mich schon ordentlich zurückgezogen, weil das habe ich nicht mehr vereinbart bekommen und ja, das war auch ein bisschen viel. Aber wenn man so, ja? Ja, schlägt die Frage. Wenn man so den ganzen Tag mit WoW eigentlich krass zu tun hat, auch als Community-Manager, hat man da wirklich noch Bock, abends dann nochmal irgendwie eine Runde zu raiden? Klar, ich war ja da Überzeugungstäter, Überzeugungstäter, kann man sagen. Also, ich habe WoW wirklich abgöttisch geliebt, das war ja der geilsten Spielerfahrung für mich damals und so. Aber irgendwann, wie mit allem, da kommt der Moment, da hast du es einfach satt. Dann ist es halt so, also, ich spiele heute noch, also, ich spiele nicht, ich logge mich halt mal ein, gucke so, aber da habe ich irgendwann die Schnauze voll und denke mir so, ich habe gestern, glaube ich, ein Level 1 mal angefangen, wo so von so Gilden-Invites die ganze Zeit zugespampt, ja, das kann man im Optionsmenü abstellen, aber das hat mich dann doch schon irgendwie genervt, dann bin ich da auch schnell rausgegangen, habe wieder StarCraft gezockt oder halt, ja, andere Sachen halt noch. Nee, was habe ich gesagt? Mass Effect habe ich gezockt, Entschuldigung. So, jetzt kommt natürlich die Frage des Abends, Tobi, halte ich fest. Sudden fragt, kannst du ja mal fragen, nee, kannst du ja mal fragen, ob Elimania bei Blizzard bekannt war und ob einige dort auch gehört haben? Soweit ich weiß, haben viele deine Seite verfolgt, wir hatten ja schon mal, ich glaube gestern oder vorgestern haben wir gechattet, dass du gesagt hast, so hey, Elimania 20 und wo ich dann meinte, so hey, ich habe leider nur Elimania, ich glaube die ersten zwei, drei Teile gehört und habe es dann gesagt, gut, dass wir uns nicht live gerade begegnen und ja, habe ich dann halt nicht mehr weiter gehört irgendwie und habe das dann einfach verfolgt, weil ich fand, was ich total interessant war, weil ich finde Hörspiele total cool, da, du hattest glaube ich den Justus Jonas Sprecher irgendwann mal dabei, sicher. Ja, das habe ich auch mitbekommen, weil ich bin dann ein passionierter Hörspiel-Fan und das habe ich dann auch, ja, das fand ich cool, muss ich sagen, das fand ich eine coole Aktion. Schade, dass man es halt nicht featuren konnte, aber naja. Hat uns jetzt nicht so arke, schade zum Glück. Nö, das glaube ich. Aber es ist halt, man will der Community immer Gutes tun und wenn Sachen interessant sind, dann will man natürlich gerne darauf hinweisen, das ist der Job als Community-Manager. Alles klar. Was sagt er zu den Fusionen von Firmen im Gaming-Bereich, wie Activision und Blizzard oder dass EA sehr viele geschluckt hat? Hm, wie sage ich das diplomatisch? Also ich sehe es als Gamer, bin ich sehr traurig, dass es so Firmen wie Westwood und Origin nicht mehr gibt. Ich bin sehr traurig, dass so Firmen wie, jetzt habe ich gerade ein Brett vor dem Kopf, Mass Effect ist von? EA. Nein. Doch? Da ist von EA, aber der ist das Entwicklungsstudio. BioWare. BioWare, genau. Ich sehe es mit persönlich als Gamer als Sorge an nach Dragon Age 2, welchen Weg auf BioWare gegangen ist, dass die beiden Chefs davon jetzt weg sind und das sind immer so Sachen, die ich persönlich halt traurig finde. Solche Sachen. Andererseits ist dann so eine Sache, kann eine Fusion auch gut sein, weil du musst halt auch ein gewisses Kapital aufbauen, zum Beispiel wäre sowas wie WoW ohne wie Wendy überhaupt nicht möglich gewesen. sowas. Also das ist halt Massen an Serverstruktur, die du aufbauen musst und wenn du als Firma klein bist, dann schaffst du das auch glaube ich nicht, also im Normalfall und da brauchst du halt Kapital. Und dann sowas wie Activision Blizzard ist, fand ich persönlich, hat mich nicht so gestört, weil Blizzard wurde in meiner Sicht, ich weiß nicht, ich war jetzt nicht hier irgendwie unglaublich weit oben, aber in meiner Position hast du mit Activision nichts zu tun mehr gehabt, was ich als Spieler auch als sehr gesund empfinde, weil sowas wie Blizzard sollte man, solange es gut läuft, sollte man einfach in Ruhe lassen, weil es ist einfach immer noch ein, ich sehe es mir noch so ein bisschen als eine Perle an, so wie ich BioWare das auch angesehen habe und vielleicht kommen sie auch wieder dahin, vielleicht irre ich mich, aber ich hoffe nicht, dass die den Weg von den alten Filmen gehen wie Westwood, also Command & Conquer oder Origin, sowas wie Wing Commander, das sind Spiele, die ich auch gerne gespielt habe. Peinlich, dass ich BioWare nicht spiel zum S-Effekt und ich habe das vergessen, aber das ist glaube ich, weil ich wegen dem Interview ein bisschen aufgeregt vielleicht bin. Okay, jetzt wollen alle wissen, auf welchem Server du gespielt hast und was für eine Klasse du gespielt hast. Alles habe ich schon gesagt. Ja, aber was für eine Klasse hast du gespielt? Hast du noch nicht gesagt. Das ist schon wieder so eine lange Geschichte. Ich versuche es kurz zu machen. Also ich habe damals mit BioWare angefangen, ich habe die Horde gespielt, ich war mit Level 14 Hexenmeister der Erste in Brill und dann kam irgendwie um 7 Uhr morgens der Anruf von meinen Kumpels mit denen ich spielen wollte, ey, wir gehen auf Egwin und wir spielen Allianz. Das ist mir erst mal der Unterkiefer runtergeklappt, weil ich echt voll am Powergame war und habe dann total logischerweise einen Hunter erstellt und habe den halt lange gezockt. Ja, ich auch. Ich habe auch mit dem Hunter angefangen. Ich habe, also meine Mains waren halt in der Beta habe ich noch einen Elfkrieger gespielt, also völlig daneben. Und ja, dann habe ich halt einen Zwerghunter, weil ich finde Zwerg ist schon für Allianz eine coole Rasse. Dann habe ich Druiden gemacht, dann habe ich sehr lange einen gnomischen Schurken gespielt, der immer viele Leute so ein bisschen geärgert hat auf dem Server. Das war ein Spaßcharakter und ja, das war es halt so im groben Ganzen. Ich habe glaube ich acht, neun höher levelige Charaktere. Aber wie gesagt, ich habe Panda gar nicht gespielt. Ich habe glaube ich auch nur einen auf 85 und der Rest dümpelt so um die 80er rum. Ladebalken TV hat eine sehr interessante Frage, wo du uns wahrscheinlich auch nicht viel drüber sagen kannst. Ich stelle sie trotzdem. WoW-Film, ist da was dran? Kann man in diesem Jahrzehnt noch damit rechnen? Weißt du irgendwas drüber über den WoW-Film? Oh, da wurde doch, ich glaube wenn man googelt, da wurde letztens was announced, wer der Regisseur ist, ne? Ja. Der Sohn von David Bowie ist der Regisseur. Das konnte ich mir merken, weil ich David Bowie auf Facebook like. Aber mehr weiß ich jetzt auch nicht. Da kam sogar auch Gerüchte, dass Johnny Depp genau sollte da auch eine Rolle spielen. Ja, also die Produktion ist, wenn man das mal so sieht, ist halt sowas von weit weg. Jetzt vom europäischen Community-Team, da kann ich auch gar nichts zu sagen. Weiß ich auch nichts, du ganz ehrlich. Das ist aber auch bei den Studios gang und gäbe, dass da Drehbücher hin und her verkauft werden und hingeschoben werden. Bist du jetzt ein Hollywood-Insider oder was, Max? Quasi, ja. Also ich glaube, was gut ist, die legen ja sehr viel Wert, dass die Geschichte auch stimmig ist, dass die WoW-Geschichte ja auch wirklich gut dargestellt wird und da lassen sich halt viel Zeit. Also ich hoffe, dass das so ein Aufwand wird wie Herr der Ringe. Das würde ich mir sogar anschauen. Oder dieses CGI-Videos, die er als Intro gab, da würde ich mir auch gerne einen ganzen Film von anschauen. Ja, von mir aus müsste das nicht mehr mit richtigen Schauspielern sein. Die Videos sind so klasse, könnte man auch ohne machen. Aber das dauert richtig lang, so ein Video zu machen. Ja, glaube ich. Gut, dann habe ich noch zwei. Ich habe jetzt viele Fragen mir angeguckt. Die meisten sind so Sachen irgendwie, ja, welche Rasse spielt ihr in StarCraft und so weiter. StarCraft sage ich schnell. Alles. Also ich spiele sehr viel Random, aber wenn ich wieder am Verlieren bin und ich brauche einen Gunn, weil dann einfach Protoss, weil die habe ich am besten veränderlich. Protoss. Ich spiele nämlich auch die meisten Protoss. Gut, europäisch halt. Voll die Nubrasse. Nee, Quatsch. Ich finde Zerk am coolsten, aber ich bin zu blöd für Zerk, weil das Multitasking ist und da kriege ich immer einen Knoten in den Finger, aber ich spiele es echt gerne mit dem Timing und alles. Wir alten Männer, ne? Ja, stimmt. Wie steht er zu der Geschichte mit Jay Wilson und seinem Abgang, fragt Rhythm. Oh. Ich meine, Jay Wilson habe ich jetzt ein paar Mal vielleicht gesehen. Man hat ein bisschen geredet. Ich kann jetzt nicht sagen, dass ich den richtig kenne. Ich kann jetzt aber auch nicht sagen, dass ich ihn, also ich kann jetzt nicht sagen, dass ich ihn mega unsympathisch fand oder mega sympathisch. Also zu vielen Devs, die hat man halt so ein bisschen kennengelernt über die Zeit, die fand man halt richtig geil. Allen voran hier, wer arschsympathisch rüberkommt, ist der Tom Chilton und Jeff Kaplan, also damals die Lead Designer. Die fand ich total nett, immer wenn du mit denen geredet hast. Die waren totale Kumpels. Von Jay Wilson, der war, fand ich immer so ein bisschen, war jetzt vielleicht ein bisschen weiter weg. Aber gut, das ist ja schwer zu sagen aus meiner Perspektive. Und das Einzige, was mir nicht gefallen hat, das war immer dieser Facebook-Flaming von ihm, wo der, wo der, das muss ich auch sagen, den Breivik geflammt hat, ne? Das fand ich, ja, das fand ich schwach. Also ich finde, Fuck, Werd Loser war das, glaube ich, ne? Ja, irgendwie sowas. Und das ist einfach, das ist vielleicht bin ich einfach zu nett oder so, aber so spricht man nicht. Also nicht mit Fuck, sondern man muss ein bisschen Respekt vor den Leuten einfach haben, die dieses Spiel einfach aufgebaut haben. Also ich als Diablo-Fan habe gedacht so, ey, wer bist du eigentlich, dass du dir jetzt überlegst, dass du sowas über den sagen kannst. Aber man muss auch natürlich auf den Zusammenhang sehen, dass er das privat wohl eher meinte. Aber das fand ich persönlich total daneben, weil was der Herr Breivik da aufgebaut hat mit Diablo, finde ich, bedeutet mir persönlich sehr viel. Hat sehr viel Zeit für mich auch in Anspruch genommen und ich mag einfach die ganze Diablo-Geschichte und Franchise. Und diesen Erfolg, den der hatte, den muss er erst mal selber haben, bevor er sich überhaupt leisten kann, das zu sagen. Auch wenn er für Blizzard arbeitet, auch wenn er Lead-Designer ist, auch wenn er einen bestimmten Sau gut Designer ist und so, aber er hat sich auch entschuldigt, muss man ja auch sagen. Ja, blieb ihm auch nichts anderes übrig, ehrlich gesagt, glaube ich. Wo wir gerade bei Breivik sind, hast du schon mal in das neue Projekt von ihm reingeguckt, dieses, wie heißt das, Marvel Heroes? Du läufst ja gerade in der Beta? Leider nicht, nein. Ich habe ein bisschen Beta gezockt, aber das ist leider NDA. Das ist gut. Ich bin mir nicht so sicher. Also, das ist zum ersten Mal Beta gespielt, das ist ja ganz komisch, weil die machen ja keine fortlaufende Beta, sondern die machen ja so, sagen wir mal, dreimal in der Woche ist dann so ein paar Stunden Beta-Test. Das ist ganz komisch. Beim ersten Mal war ich total begeistert, weil ich das Konzept ganz cool finde. Ich darf jetzt nicht drüber drüber sagen. Also, habe ich immer darauf geschissen, könnte ich eigentlich schon, mache ich aber ausnahmsweise mal nicht. Und im zweiten Mal war ich relativ enttäuscht. Aber, also ich habe, es gibt vier Akte, darf ich jetzt auch nicht erzählen, erzähle ich trotzdem. Ich habe zwei Akte irgendwie in anderthalb Stunden durchgespielt. Und das fand ich halt sehr, sehr wenig. Aber es hat wirklich sehr, sehr viele coole Elemente. Ich bin gespannt, wie es wird. Und gut. Ja gut, ich meine, sein Projekt war ja auch so Torchlight 2. Das wollte ich eigentlich auch immer spielen, aber kam ich auch nicht zu. Auch nicht so schlecht. Naja, gut, Tobias, dann würde ich sagen, wir sind durch für heute. Es war sehr, sehr nett und ich fand es sehr erfrischend, dich mal in der Sendung zu haben. Ich werde dich weiter nerven. Und wenn ich irgendwie für vielleicht mal eine Expertenrunde oder so habe, wir haben ja oft schon so privat gequatscht und dann haben wir gesagt, oh Mensch, das wäre vielleicht mal ganz passend, dass du auch mal in einer Expertenrunde dabei bist. Ich werde dich einfach weiterhin belästigen und wenn du keinen Bock hast, halt dann nicht. Aber wenn du Bock hast, bist du immer hier wieder sehr gerne geredet. Also vielen Dank für die Einladung. Hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ich hoffe, es war jetzt nicht zu langweilig für die Community, weil sie ja in den Chats wollen ja alle den anderen Gast jetzt haben. Aber eins muss ich noch sagen, du hast eben über International Superstar Soccer Deluxe geredet. Da habe ich von einem Kumpel, dem Werten Speck, eben gehört, dass es da wohl einen Bug gibt, wie man immer ein Tor schießen kann. Aber so verrate ich besser nicht, oder? Nee, wir spielen hier legit beim Just Network. Wir brauchen keine Bugs. Ich brauche auch keine Bugs, um Pape zu schlagen und um Weltmeister zu schlagen. Ich sag nur. Alles klar. Ich bin der Pro. Dann, ja, vielen Dank nochmal für die Einladung. Sehr gerne. Und viel Spaß mit dem nächsten Gast. Alles klar. Ich danke dir vielmals, Tobi. Schönen Abend. Schönen Abend. Ciao. Ciao. Ist das wirklich so? Flamen die wirklich bei uns alle rum und wollen den Decay? Es sind sehr, sehr viele, die sehr, sehr gut sagen und sich wünschen, dass er wieder... Ja. Ich fand er auch sehr sympathisch. Ich weiß nicht, ob Tobi noch weiter zuguckt, aber ich gehe mal davon aus. Obwohl, der hat natürlich auch ein Privatleben, kann man nicht sagen. Ich schreibe jetzt hier mit 325.